Wer seid ihr? Wem dient ihr? Alles, was ich je gekannt habe, unser Land, unsere Bräuche, meine Familie, brennt im Namen der Vereinigung. Du bist noch immer ein Frosch im Brunnen, der nichts von der See weiß. Die Meere sind voll mit neun Schiffen, doch sie kommen alle aus denselben Gründen. Gier, Macht und Rache und Rache. Und ihr? Werdet ihr ihnen folgen? Oder einen anderen Pfad wählen, jenseits von all dem. Dann lass ihn uns suchen. Gemeinsam. Wir müssen lernen zu vertrauen, wieder aufzubauen und dem Schwert folgen. Die Meere sind voll mit neun Schiffen, und die Möre sind voll mit neun Schiffen. Und der Möre sind voll mit neun Schiffen. Herr Miguel, und der Möre sind voll mit neun Schiffen. Wir müssen lernen. Wie ist das eine Pläne? Werdet ihr? Werdet ihr? Die Schatten, die dem Licht dienen.